Ich glaube, dass er kein Problem hat, morgen Bayern München aus dem Pokal zu schmeißen. Ich glaube nicht, dass er mit seinem Herzen oder mit seinem Gewissen dann kämpfen müsste, sondern er gibt alles für uns und hat man in München vor zwei Wochen gesehen, dass er das auch trennen kann und dass er trotzdem, trotz dieser, es war ja auch eine brutal besondere Situation, das erste Spiel für Schalke 04 zu machen, nach so einer langen Zeit dann auch genau gegen Bayern München und das hat er gut gemeistert und deswegen wird er morgen mit dieser Situation auch gut zurecht kommen.